Intro Hallihallo, hier ist wieder euer Tomby und wir spielen weiter mit Star Wars The Force Unleashed Beim letzten Mal haben wir das Hauptspiel beendet und diesmal beginnen wir dann eine der drei DLC Missionen Und zwar gibt es Hoth, Jedi Temple und Tatooine Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Jedi Temple, denn den finde ich eigentlich ganz gut für den Einstieg Ist jetzt nicht unbedingt der, wo man am meisten Charaktere schon kennt oder sowas Aber trotzdem auf jeden Fall eine richtig coole Sache und ich denke, da werden wir auch unseren Spaß dran haben Das Ganze sind halt alles separierte Level von der normalen Hauptstory Und dadurch halt eigentlich, ja, nicht unbedingt zusammenhängt, dass man da irgendwie einen großen Zusammenhang hat Aber ich glaube, das spielt jetzt nach der, nach dem bösen Ende spielen die ganzen Sachen, glaube ich Und ich glaube, man hat nicht seinen Charakter, den man auch im normalen Spiel hat Also die Talente und so weiter sind alle resettet worden Aber man hat einen vorgefertigten Charakter Aber mal gucken, wir werden es herausfinden Na gut, große Erklärung gibt es anscheinend nicht, wäre dann aber bei mir die Tempel Okay, zack und dann landen wir Super cool, hier gibt es natürlich ebenfalls wieder Feinde, wie sie auch schon bekannt waren Oh Gott, wer haben wir hier attackiert? Sollten vielleicht einfach mal die Leute alle runterstoßen, ne? Haben natürlich die gleichen, die gleichen Movesets alle drauf, wie wir sie auch im Hauptspiel hatten Aber haben hier auch, man sieht es auch schon, ein bisschen andere Kleidung teilweise Ein bisschen andere Lichtschwertsachen und natürlich, wie gesagt, sind auch anders geskillt als im Hauptspiel Dafür haben wir hier, so gesehen, vorgefertigten Charakter Das heißt, hier hatten wir keinen Vorteil dadurch, wenn wir jetzt hier irgendwie ganz viele Machtsphären oder so gesammelt haben Aber wir können gleich nochmal reinschauen, was wir denn so skillen können Falls wir denn überhaupt irgendwas skillen können Wir müssen erstmal die blöden Jetpack-Leute hier besiegen Denn die sind sonst echt gefährlich Die dauern alle ungefähr gleich lang Ich werde mal schauen, inwiefern ich das in zwei oder einen Parts jeweils verteilen muss Denn tatsächlich dauern die jetzt nicht unbedingt kurz, aber auch nicht unbedingt super lang, ne? Ich glaube, das dauert so 40 Minuten tatsächlich Deswegen, wir werden mal schauen Vielleicht machen wir zwischendrin immer jeweils einen kleinen Caterino Damit Ja, das Ganze nicht zu lange ist Man kennt das Ganze ja Ähm, wenn das dann immer zu lange dauert Dann sind auch manche ganz schnell immer, ja, irgendwo beschäftigt Oder müssen irgendwas anderes machen Oder wollen irgendwas anderes machen Und, äh, das ist eine allgemeine Partlänge von so 15 Minuten Ist ja eigentlich immer das, was man eigentlich gerne haben möchte Oder 15 bis 20, sagen wir es mal so Äh, denn das ist das, wo die meisten Leute dann so sagen Ja, das kann man sich mal so zwischendurch anschauen Da muss man sich nicht irgendwie, äh, ja, großartig viel Zeit nehmen für Kann man so zwischendurch machen Kann man die Mittagspause nutzen Kann man, was weiß ich, äh, beim Frühstück sich das irgendwie angucken Beim Essen sich das irgendwie angucken Ganz angenehm Und muss da gar nicht irgendwo großartig, ähm, ja Irgendwas machen Hier übrigens ein super cooles Detail Die Statuen, sieht man ja Äh, die halten jetzt ihre Schwerter so hoch Und wenn die beide die Schwerter so hoch halten Und quasi kreuzen Dann öffnet sich der Tempel Richtig, richtig cool Coole Idee auf jeden Fall Okay, sobald so gut So, Machtupgrades Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen rein hier Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen rein hier Haben sogar noch ein paar Punkte übrig Lichtschwertwurf könnte man noch skillen Wir sind ziemlich voll geskillt anscheinend, wie es aussieht Hier haben wir noch ein bisschen was, was wir skillen können Macht Appinität Ne, macht Fokus Ja, das nehmen wir mit Und hier haben wir auch alle schon Oder wie sieht es hier aus? Da haben wir ein Skill nicht Hier haben wir mehrere Skills Nicht, das sind die ganzen Luftdinger Die wollen wir nicht Die Luftdinger sind doch alle Quark Luftschlaggut nehmen wir denn trotzdem mit Nehmen wir denn trotzdem mit Gucken wir nochmal bei den Lichtschwertern rein Vielleicht können wir da besondere Kristalle oder so mitnehmen Ich weiß jetzt nicht genau Guck mal, hier haben wir keinen Bonus ausgewählt Mehr Schaden Machtkräfte verbrauchen Blitzangriffe bewirken Mehr Schaden Lichtschwertangriffe können Gegnern Gesundheit entziehen Das hört sich sehr gut an Das nehmen wir aber natürlich mit So, hier nehmen wir auch nochmal Einen besonderen blauen Und nicht nur diesen langweiligen Standardblauen So, da müssen wir hin, liebe Leute Das ist das große Ziel Wo wir am Ende hingelangen möchten Aber ich hab dieses DLC ja schon mal gespielt Und daher weiß ich natürlich Dass wir jetzt hier Nicht ganz einfach locker easy durchspazieren können Oder sowas Nein, wir müssen natürlich Ein bisschen was machen dafür Und das ist ja natürlich auch gut Weil wir wollen ja auch Ein bisschen Spielspaß hier haben Ne? Hier überall sind die euren Imperialen Weg mit dir Sieht übrigens optisch hier richtig hammermäßig cool aus Und ich werde hier in diesem Durchlauf hier Oder bei diesen ganzen DLCs Jetzt nicht darauf achten Dass ich irgendwie möglichst alle Holocons sammle Weil die bringen mir ja nicht viel Die bringen mir ja nicht viel Denn es ist wie gesagt so Dass wir jedes Mal theoretisch einen neuen Starkiller haben Und daher jedes Mal Einen neuen vorgefertigten haben Den wir halt neu erstellen müssen Und gar nicht irgendwie einen Den wir jetzt hier Ja großartig selber ausbauen können Wir können jetzt natürlich hier unsere Punkte Die wir jetzt finden und sammeln können Irgendwie benutzen Aber das müssen wir kaputt machen, oder? Weg mit dir Oh, der lebt noch Ne, der lebt noch nicht Okay Wir sehen schon, wir haben hier so eine Madame Yucas davor und stehen Nein, wir haben hier so eine Ja größere Halle Die wir jetzt in irgendeiner Form Nicht durchqueren können leider Und was wir machen müssen Ist eigentlich relativ easy Wir müssen die beiden Geheimwege Links und rechts begehen Um dann diese Statue kaputt zu machen Damit wir einen Weg in der Mitte freilegen können Und dadurch halt Wir durchgelangen Wir gehen erstmal den linken Weg hier entlang Und wollen hier Alle Abenteuer Und sonstiges erledigen So, einmal die Tür hochheben bitte Ich glaub, die rutscht gleich wieder runter Und deswegen Da muss man ein bisschen Ein bisschen Zeit investieren hier Dass man das auch so hinkriegt So, da gibt's ordentlich Oh Hier gibt's ordentlich Beef Schaden gesteigert Das ist immer gut Blöde Verdammte Scharfschützen hier überall Ihr könnt ja gerne mal sagen Wenn ihr diese DLC schon gespielt habt Welches vielleicht euer absolutes Lieblings-DLC ist Ob es jetzt dieses hier ist Oder Tatooine Oder aber Ähm Hoth Ich glaub, meins ist tatsächlich Hoth Das fand ich immer ganz cool Äh, da besiegt man dann Oder ich verrate noch nicht Wen man da besiegt Oder wen man da trifft Oder sowas Aber ich fand Hoth immer richtig, richtig cool Hab mir immer sehr gut gefallen Und das hier fand ich aber auch Not bad Aber ich weiß nicht Bei den anderen beiden Ich kann mich nicht wirklich entscheiden Hier sieht man auf jeden Fall Am wenigsten von den Charakteren Die man schon so Aus den verschiedenen Hauptfilmen kennt Denn man wird tatsächlich In diesen DLCs hier Auch wieder Ja, relativ abwegige Story spielen Wie gesagt Das ist alles ein bisschen losgelöst Von dieser Hauptstory Wir hatten Man könnte jetzt erwarten Von wegen Oh, spielt man jetzt hier irgendwie Äh, nochmal weiter Irgendwie als Als, äh Jemand, der dann hier Ich glaub, wir spielen hier sogar Den Gutes, sagt Wie das ausschaut Ne Das sieht mir ja so aus Und wollen einfach nur So ein bisschen was herausfinden Über unseren Dad Ähm, naja Auf jeden Fall Ist halt nicht so Dass man hier irgendwie Großartig Diese verschiedenen Enden hat Äh, wie man sie In dem Hauptspiel hatte Denn wir wissen ja Das gute Ende ist ja damit geendet Dass wir verstorben sind Als Starkiller Und das böse Ende Ein leckeres Holocron Und die ganze Zeit rüber Um hier alles abzuschließen Die werden wir schon kennen Also Charaktere treffen Werden die wir schon kennen Ne Sei es jetzt ein Luke Skywalker Sei es jetzt ein Obi-Wan Dann Solo und Co Äh, aber wir werden auf jeden Fall Einige Irgendwo Treffen wieder mal Die wir bisher noch nicht getroffen haben In dieser Story Weil die halt einfach nicht so reinpassen würden Ne Ähm Wird man dann alles sehen Wird super super witzig Also ich kann die DLCs quasi nur empfehlen Gibt's allerdings nur in dieser Ultimate Sith Edition Die ist allerdings Sehr sehr empfehlenswert Wie gesagt So Gerne Davon hätten sie auch gerne Noch mehr machen können Du bist in einer Padawan-Trainingskammer Okay Daran erinnere ich mich noch Das hier ist ebenfalls Ein Unendlichkeits-Porn Und wir müssen tatsächlich Die Statuen vernichten Ich fand das hier immer Super merkwürdig Ähm Dass man hier irgendwie Diese Statuen kaputt machen muss Und äh Wir gehen das nochmal Okay Da kann man einfach gegenhauen Oder so Ja Die müssen wir tatsächlich alle kaputt machen Ich fand das damals super komisch Weil ich hier im Livestream ewig gegangen hab Irgendwie locker 5 Minuten hier irgendwie rumgekämpft Gegen alle Und da hab ich mir gedacht Sag mal Geht das gar nicht mehr vorbei Was ist denn hier los Was muss man denn hier machen Und dann äh Wurde mir auch gesagt Ja du musst die Statuen kaputt machen Das geht nicht einfach so Das geht nicht einfach weiter Du musst das schon Dafür sorgen Dass da keine Gegner mehr kommen Naja Jetzt bin ich auf jeden Fall Ein bisschen Smarter Irgendwie konnte man hier auch Diesen Außenring hier aktivieren Irgendwie ging das Dass hier so eine Energiebarriere entstanden ist Oder hab ich jetzt irgendwas vergessen Ich weiß es nicht mehr Da weg mit dem Die haben hier alle Die krassen Paderwan Droiden Haben hier natürlich alle Richtig krasse Moves Und alles drauf Ich hänge hier fest Ja das wollte ich aktivieren Haben wir irgendwo noch eine Statue Die wir noch nicht gemacht haben Oder sind das einfach Das ist einfach der Rest Vom Schützenfest Ich weiß nicht genau Ob diese Statuen hier oben Auch kaputt gemacht werden müssen Ich glaube nicht So Energiebarriere aktivieren Alle da rein schubsen Das ist eigentlich quasi immer Die einfachste Variante Die man nicht verdichten kann Da kommen auch schon wieder unendlich viele Habe ich den Eindruck Habe ich denn hier irgendwo was vergessen Oder sind die noch nicht kaputt Die Dinger Ah die sind noch nicht kaputt Die Dinger Ja okay Die sind noch nicht kaputt genug Da kommen immer noch unendlich Der ist kaputt Der ist kaputt Der ist kaputt Jetzt haben wir alle Okay Ich dachte schon Ich dachte schon Woran liegt es denn jetzt Dachte ich schon hier Meine Güte Okay Weiter geht es Hier oben geht es natürlich weiter Da habe ich beim letzten Mal Ähnlichkeiten drin Gesessen im Livestream Wie gesagt Jetzt müssen wir hier Ah jetzt können wir hier Das hier hochklappen Damit wir da natürlich auch Entschuldigen Sie Sir Damit wir hier natürlich auch Den Sprung drüber schaffen können Sind die alle besiegt Ich glaube sie sind alle besiegt Okay Einmal ganz kurz abwarten Und hochklappen das Ding Sehr gut Tür geht wieder auf Dass wir auch unseren Rückweg gesichert haben Und damit haben wir jetzt Eine Möglichkeit Darüber zu kommen Alles ganz easy Würde ich sagen Oh Ah hier haben wir noch mal Ein Holocon Macht Kraftsphäre Obwohl ich nicht genau weiß Was das uns großartig bringen soll In diesem Falle War das der Weg Wir haben ja quasi schon Alle möglichen Sachen Die wir so brauchen Wir können gleich trotzdem Noch mal ein bisschen schauen Aber wenn wir nicht Irgendwas interessantes Tolles noch mal skillen können Also nehmen wir erstmal Das Holocon Da vorne nochmal ein Dann sollten wir vielleicht lieber Vor wir jetzt gleich In der Luft getroffen werden Und dann würden wir Unglücklich runterfallen Dann quasi vielleicht Auch mal alles neu machen müssen Ich weiß nicht wie nett Die Rücksätze kommen Die hier sind Aber ich glaube eigentlich Waren die ja immer recht Human Platziert Okay Jetzt können wir nochmal schauen Macht Upgrades Okay Hier haben wir jetzt schon Ach das können wir jetzt mal Den Lichtschwertwurf Noch verbessern Oder so Hier können wir die beiden Samen verbessern Hier hatten wir schon alles Passt Okay Soweit So gut Jetzt abgeht es hier Ins große Finale Ich weiß gar nicht mehr genau Wie es hier weiter ging Aber ich glaube Das Level geht schon noch Ein bisschen Level geht schon noch Ein bisschen Aber bis jetzt Machen wir gut Progress Und kommen da richtig gut durch Schönes DLC Sith Holocrons verbessern Vorübergehend Deine Kräfte Hier musste man gleich Irgendwelche Brücken bauen Das weiß ich noch Aber hier gab es auch Einige Bosskämpfe Die eigentlich auch echt Coolenfordern waren Hier ist das Holocron Das wollen wir übrigens haben Mein Sohn Mit einem hatte Vader recht Du selbst hast dein Schicksal in der Hand Wann ist der Leute? Die dunkle Seite ist stark in dir Aber es gibt Hoffnung Das Blut eines wahren Jedi Mein Blut Fließt durch deine Adern Doch du musst dich den Jedi Prüfungen stellen Horche in dich hinein Und du wirst wissen was zu tun ist Mal ganz kurz was schauen Aber eigentlich Ich habe nichts verändert Von den Einstellungen her Ne Ich glaube meine Ohren platzen dadurch nicht Mal machen die Stimmen Mal ein bisschen lauter Aber der war richtig leise Es tut mir sehr leid Doch ich schließe die Prüfung Des Verstandes ab Ah ja ich erinnere mich Hier musste man So ein bisschen heißer Draht mäßig Die Dinger immer auf die Der zu den richtigen Stellen bringt Guck mal hier Das ist ganz witzig gemacht Nur nicht zu weit weg Von dem Teil Ja Das haben wir verkackt Das hat auch noch so ein bisschen Nachwirkungen Das heißt man darf das Ganze Nicht zu schnell Oder So machen Aber man hatte glaube ich Auch irgendein Zeitlimit Okay Gleich haben wir es Der heiße Draht Der Jedi Jetzt übertreiben sie aber wirklich Ja Nein Nicht zu weit weg Von dem Von dem Teil Boah da habe ich jetzt aber wirklich Glück gehabt Ein bisschen Da habe ich wirklich Glück gehabt Mein Gott war das schlecht Na wir haben es geschafft Okay Und hier war das irgendwie so Dass diese Plattformen dann irgendwann so astral wurden Ja wie genau wie die hier jetzt Und die musste man dann immer an die richtige Stelle bringen Da habe ich nie so richtig verstanden Woran man das jetzt festmachen kann Wo man die genau hinsetzen muss Damit das klappt Aber So hat es schon mal funktioniert So die setzen wir hier hin Daran erinnere ich mich nämlich noch Und jetzt sind die so astral Da würde man noch durchfallen Und dann musste man an die richtige Stelle hier platzieren Dann kann man da drauf springen Und so baut man sich so gesehen Seine Uff Seine Brücke hier zusammen Ein bisschen weiter runter Runter Oh ich habe auch nur Ich habe auch nur eine gewisse Zeit oder was Oh das wusste ich nicht Das wusste ich nicht Okay warte mal Wir sind ja kein kleiner Idiot Die sinken irgendwie ab Ne die Platten Die müssen das hier vielleicht erstmal hochziehen Na wo wird sie denn fest Hier Und die Boah Ich bin ja auch schon ein bisschen bange Dass das hier nicht mehr klappt Da können wir eigentlich so drauf Oder Und da kommen wir jetzt eigentlich auch rüber Passt Okay Das ist ein böses Ich Besiege den Sithkrieger Ah der macht ungekehrte Steuerung bei mir Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist komisch Ach ist das komisch Boah mein Gott Was haben die denn für Moves drauf Daran erinnere ich mich jetzt nicht Dass die Bosskämpfe so schwer waren Aber der scheint mir doch echt schwer zu sein Okay komm 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 Das schaffen wir Jawohl Sehr gut Wir haben bis jetzt super hart kassiert gegen den Ah das macht Blitzen sehr stark Sollen wir uns merken Okay er macht wieder irgendeinen Move Oh nein er macht glaube ich Ja Okay umgekehrte Steuerung hat er gemacht Aber das bringt ihm nichts Er ist Wir selber Okay Nächste Ebene Weiterer Kampf Oh nein Oh mein Gott Das war so dass er uns den Boden dann wegnimmt Das gefällt mir gar nicht Wir sind Schaden hat er genommen Nein können ihm da noch Ah Können ihm da noch Schaden Das lohnt sich nicht Da kriegen wir zu viel Schaden Wo bin ich denn Ich bin schon wieder runtergefallen Ach die Phase ist doch blöde Vielleicht können wir ihn auch währenddessen bewerfen Ich weiß nicht Ja geil Und jetzt mal aufhören runterzufallen Only Ja ich werde bald sterben Kann ich das blocken Das kann man nicht mal blocken ne Das heißt bitte nicht mehr Die ist mit dem komischen Rumgewehr Einfach mal richtiger Kampf hier Richtiger Kampf Lass mir lieber du Oh wow wow Jetzt hat er uns böse Schaden gemacht anscheinend Ach man Der macht irgendwelche Attacken Aber die wir nicht abwehren können Nicht so wirklich So komm jetzt aber Das war aber Verdammt knapp Oh Da ist er wieder Alles ganz schön abstrakt ne Hier in dieser komischen Machtwelt Mehr oder weniger in dieser Holokonwelt Oh na Bam Durch die Durch den Rücken durch Unser dunkles Ich Haben wir besiegt Sehr schön Das war alles nur ein Kampf im Geiste Du wirst niemals entkommen Du da Hast du gefunden Wonach du besucht hast Was auch immer hier war Es ist fort Nichts ist übrig Tja Das lässt uns mit Rätseln zurück Aber Das war es tatsächlich glaube ich Mit dem ersten DLC oder Das ging echt schneller als erwartet Ich glaube die anderen sind länger Wenn ich mich jetzt nicht täusche Aber ich bin auch verdammt gut durchgekommen Ja tatsächlich Das war es mit dem ersten DLC Die Tempel haben wir abgeschlossen 1722 haben wir gebraucht Beim nächsten Mal werden wir uns dann anschauen Entweder der Hopf oder Tatooine Ich gehe von Tatooine aus Also von daher Das war es mit dem ersten DLC Ich hoffe ihr habt Spaß beim Zuschauen Und dann bis zum nächsten Mal Ciao Ciao